Hallo, mein Name ist Sven Braun, ich bin momentan Tutor in FOP und ich stelle Ihnen heute die siebte Hausübung aus dem letzten Jahr, also 2019 vor, in der es hauptsächlich um Exceptions ging. Und das Ganze hat man an einer selbstgeschriebenen Klasse namens MyString gemacht, die so ähnlich wie der normale String in Java arbeitet. Aber erst einmal gucken wir uns noch kurz an, was Exceptions sind und wie man diese fängt und wirft. Exceptions sind ein in Java wichtiges Thema und auch für die Klausur äußerst relevant, da eigentlich immer mindestens eine Aufgabe dazu bisher vorkam. Sie werden genutzt, um unerwartete oder unerwünschte Fälle abzudecken und dann eine selbstgeschriebene Fehlerbehandlung darauf anzuwenden. Also konkret kann eine Ausnahmesituation eintreten und man weiß an dieser Stelle nicht, wie man mit dieser Ausnahme umgehen soll und wirft deswegen eine Exception, also eine Ausnahme. Damit beendet sich die Methode und an einer anderen Stelle, wo man eher weiß, wie man die Exception behandeln kann, wird diese dann entsprechend in einem Catchblock behandelt. Exceptions werfen kann man, indem man im Methodenkopf erstmal die Exceptions, die auftreten können, angibt. Nach diesem Throws Keyword, also hier wird die oberste aller Exception-Klassen Exception geworfen. Und wenn man dann konkret eine bestimmte Exception werfen will, dann macht man das mit dem Keyword Throw und dahinter muss eine Referenz auf ein Exception-Objekt stehen. In dem Fall, und fast immer, erzeugt man an dieser Stelle eine neue Exception und ruft deswegen die Konstrukte auf. Und dem kann man dann zum Beispiel eine Message, in dem Fall hier ein String mit no lowercase letter, übergeben. Wenn dieses Throw ausgeführt wird, dann wird die Methode abgebrochen. Das heißt, zum Beispiel der Teil hier wird nicht mehr ausgeführt und es wird zu der aufrufenden Methode zurückgekehrt. Also zu der Methode, die toUpperCase aufgerufen hat. Entweder wird dort die Exception wieder weitergeleitet, also auch die wirft eine Exception und geht so weiter. Also die davon aufrufende Methode kriegt dann die Exception oder es wird die Exception in einem Catchblock gefangen und dann entsprechend behandelt. Dann kommen wir nun zum Exceptions fangen. Dafür gibt es dieses Try-Catch-Konstrukt. Das heißt, in dem Try-Block kann potenziell eine Exception auftreten. Wenn das passiert, wird der normale Ablauf des Programms abgebrochen. Anschließend werden die verschiedenen Catch-Blöcke abgearbeitet. Also wenn eine Exception aufgetreten ist, dann wird geguckt, ist sie von dem Typ, der in dem ersten Exception-Block steht. In dem Fall hier gibt es nur einen. Das heißt, es wird auf jeden Fall der ausgeführt, wenn eine Exception aufgetreten ist. Und dann wird eine entsprechende Fehlerbehandlung durchgeführt. Also in diesem Fall wird einfach nur die Message von der Exception ausgegeben. Die Fehlerbehandlung kann aber natürlich auch deutlich komplexer sein. Dann kommen wir nun konkret zu den Aufgaben. Also wie bereits angedeutet haben wir die Klasse MyString. Die ähnlich wie die Klasse String aus Java funktionieren soll. Das heißt, wir haben einen Char-Array, in dem wir Chars speichern und damit einen String repräsentieren wollen. Und wir haben noch zusätzlich eine Methode getLength, die public ist und dann in zurückliefert. Also die liefert einfach die Länge zurück. In Aufgabe 1 geht es jetzt darum, dass wir auf dieses Char-Array zugreifen wollen und einen Char an einem bestimmten Index zurückliefern wollen. Eigentlich geht ja ein Array von 0 bis Länge des Arrays minus 1. Aber in dieser Aufgabe geht es darum, dass wir negative Indizes in richtige Indizes umwandeln wollen. Also hier unten ist das bereits angedeutet, das Array geht ja normalerweise in dem Fall von 0 bis 4. Aber zum Beispiel soll die minus 5, soll dann auf den Array-Index 0 zugreifen und die minus 1 auf den Array-Index 4. Um einen negativen Index in einen regulären Index umzuwandeln, sollen wir die Methode privateInt getStandardIndex implementieren, die einen Index übergeben bekommt und den in einen richtigen Index umwandeln soll. Dazu sollen wir zunächst versuchen, auf die übergebene Position, auf den übergebenen Index im Char-Array zuzugreifen. Wenn dabei keine Exception auftritt, dann sollen wir einfach den übergebenen Index zurückgeben. Wenn jedoch eine Index Out-of-Bounds-Exception geworfen wird, dann sollen wir die fangen und anschließend den übergebenen Index überprüfen. Wenn der übergebenen Index größer ist als die eigentliche Größe des Arrays, sollen wir selbst eine Index Out-of-Bounds-Exception werfen mit der Nachricht Index too large. Und wenn er kleiner ist, also kleiner als die negative Länge, also kleiner als minus 5 in diesem Beispiel hier oben, sollen wir auch eine Index Out-of-Bounds-Exception werfen, aber diesmal mit der Nachricht Index too small. Und wenn keiner der beiden Fälle auftritt, das heißt wir haben einen negativen Index, der aber valide ist, dann sollen wir diesen negativen Index in einen positiven, normalen, regulären Index umwandeln. Ja, hier unten ist nochmal ein Beispiel dafür gegeben. Kommen wir nun zur Implementierung der Methode. Den Methodennamen habe ich einfach kopiert, damit da auch keine Fehler auftreten können. Also es ist ja für die Tests sehr wichtig, dass wir uns genau an den Namen halten, der in der Übung vorgegeben ist. Deswegen habe ich den einfach rauskopiert, so können keine Fehler auftreten. Der erste Schritt war ja, dass wir einfach auf den entsprechenden Index zugreifen sollen und überprüfen sollen, ob dabei ein Fehler auftritt. Das heißt, wir bauen erstmal einen Try-Catch-Block. Und versuchen nun auf den entsprechenden Index zuzugreifen, das heißt, das Array heißt Arr. Und da das so noch nicht funktioniert, müssen wir das hier noch ganz kurz einer temporären Variable zuweisen. Wenn dabei jetzt eine Index-Out-of-Bounce-Exception geworfen wird, das heißt, wir ändern das hier mal kurz in Index-Out-of-Bounce-Exception. Dann sollen wir zunächst überprüfen, ob der Index zu groß ist, das heißt eine If-Anweisung. Das heißt, wenn der Index größer gleich der Länge ist, dann kann es sich ja nicht um einen validen Index handeln. Einfach getLength können wir hier aufrufen. Liefert ja die Länge des Arrays zurück. Dann sollen wir selbst eine Exception werfen, eine Index-Out-of-Bounce-Exception werfen, mit der Message Index-to-Large. Das heißt, wir rufen hier den Konstruktor von Index-Out-of-Bounce-Exception auf und sollen die Message Index-to-Large übergeben. Da auch das für die Tests sehr wichtig ist, dass es exakt stimmt, probieren wir auch dies wieder raus. Moment. Und wenn hingegen der Index zu klein ist, also hier hatten wir in diesem Beispiel ein Array der Länge 5 und der negative Index, der niedrigste negative Index, entspricht hier der Minus 5. Das heißt, wenn der Index kleiner als die negative Länge ist, dann sollen wir eine Exception werfen mit Index-to-Small. Machen wir das kurz. Also If-Index-Kleiner. Wir rufen hier wieder mal die Konstrukte auf von Index-Out-of-Bounce-Exception. Wir probieren nun wieder den Text eins zu eins raus. Ganz kurz, ich habe hier oben noch vergessen, wenn es normal funktioniert hat, einfach den normalen Index zurückzugeben. Das muss man natürlich noch machen. Dann kommen wir nun zu dem Fall, wo der Index weder zu groß noch zu klein ist, aber negativ, weshalb das hier oben vielgeschlagen ist. Das heißt, wir sollen nun den negativen Index in den positiven Index, den regulären Index umwandeln. Dazu kann man hier leicht ein Muster erkennen. Also die Minus 5 wird in die Null umgewandelt, die Minus 4 in die 1, die Minus 3 in die 2. Das heißt, es wird immer um 5 erhöht. Also Minus 5 plus 5 ist 0, Minus 4 plus 5 ist 1. Das heißt, wir addieren einfach die Länge des Arrays drauf und erhalten dann den richtigen Index. Dann können wir nun hier einfach den Index plus die Länge zurückgeben. So, dann muss man jetzt natürlich noch die Java-Dock erstellen. Bevor wir das machen, ergänzen wir hier noch diesen Teil. Das muss man zwar nicht machen, weil Index Out-of-Bounds-Exceptions eine Runtime-Exception ist und deswegen nicht gefangen werden muss. Aber wir machen das trotzdem, weil wir ja hier absichtlich Index Out-of-Bounds-Exceptions werfen und das eigentlich dem Nutzer mitteilen wollen, oder der Person, die die Methode aufruft, dass die potenziell auftreten kann, ergänzen wir das hier. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wir das dann, wenn wir hier Java dafür vollständigen, haben wir direkt dieses Throws noch mitte drinstehen, weil wir das eben hier mit angegeben haben. Dann kommen wir nun zur zweiten Aufgabe. Da geht es darum, dass wir einzelne Charakter entweder lesen oder schreiben wollen. Nun diesmal mit einer Public-Methode. Das heißt, die ist dann öffentlich zugänglich im Gegensatz zu H1, wo wir eine Private-Methode genutzt hatten. Diese beiden Methoden brauchen wir natürlich nur, weil wir das Char-Array insgesamt als Private deklariert hatten. Das heißt, wir können ja nicht so darauf zugreifen. Wir brauchen dafür diese beiden Methoden. Und diese beiden Methoden sollen eben mit den negativen Indizes umgehen können, weswegen wir unsere gerade eben geschriebene Methode dafür verwenden sollen. Und die get-char-add-Methode, ich würde natürlich den Charakter an dem entsprechenden Index zurück. Und set-char-add überschreibt den Charakter an dem Index. Dann kommen wir nun zur Implementierung der beiden Methoden. Den Namen kopieren wir uns wieder raus. Damit wir uns ja auch ja nicht beim Namen verschrieben haben. Da wir ja auch negative Indizes handeln wollen können, rufen wir die gerade eben geschriebene Methode einfach auf. Die kann die ja behandeln. Übergeben den Index. Und greifen dann auf das entsprechende Element im Array zu. Dann kommen wir nun zu der zweiten Methode. Auch hier kopieren wir den Namen wieder raus. Diesmal wollen wir ja schreibend auf den Array-Index zugreifen. Und nutzen wieder unsere selbstgeschriebene Methode, weil wir ja auch hier mit negativen Indizes arbeiten wollen können. Und da wir das ja überschreiben sollen, setzen wir an die entsprechende Position dann den übergebenen Charakter, also C. Dann kommen wir nun zur dritten Aufgabe, wo es um das Erweitern unseres MyString-Objekts geht. Also wir sollen einfach ein neues Array anlegen, das entsprechend länger ist, um einen längeren Text zu speichern. Und dabei sollen wir aber beachten, dass wir die Länge 255 nicht überschreiten sollen. Und falls das doch passiert, also falls jemand die Increase-Length-Methode, die wir noch schreiben müssen, aufruft, sodass dann unser MyString-Objekt ein Char-Array hätte, das mehr als 255 Elemente hat, dann sollen wir entsprechende Exceptions werfen, die wir aber erst einmal selbst anlegen müssen. Das machen wir in der ersten Teilaufgabe von der H3, wo wir als erstes eine MyString-Exception im Package MyString anlegen sollen. Den Konstruktor sollen wir ebenfalls implementieren. Wir rufen aber eigentlich nur den Super-Konstruktor auf und übergeben den String-Parameter, den der Konstruktor bekommen hatte. Für den Fall, dass die String-Länge nicht den oben besprochenen Anforderungen entspricht, sollen wir eine Klasse MyString-Length-Exception entwerfen und anlegen, die von der gerade eben geschriebenen MyString-Exception erbt. Die besitzt noch ein zusätzliches Attribut, das private ist und einfach length heißt, das die entsprechende Länge speichert und eine Methode, mit der wir eben diese Länge zurückgeben können. Der Konstruktor soll diesmal zwei Parameter haben, einmal den String mit irgendeiner Message und ein Integer, der dann wahrscheinlich für die Länge zuständig ist. Im Body sollen wir einfach den Super-Konstruktor aufrufen und dem Objekt als attribute length den entsprechenden int-Parameter zuweisen. Dann kommen wir nun zur Implementation der H3.1. Als erstes sollen wir ja eine eigene Exception-Klasse anlegen, die MyString-Exception heißt. Das heißt, wir gehen einfach hier oben auf New Class, weil jede Exception ist ja auch eine Klasse. Den Namen habe ich auch schon mal rüberkopiert, damit uns da keine Fehler unterlaufen. Und als Oberklasse wählen wir nun nicht Object, sondern Exception auf, weil jede Exception von der Klasse Exception entsprechend erbt. Auch den Konstruktor können wir hier mit diesem kleinen Häkchen bereits erstellen. Das war jetzt doof, jetzt haben wir viel zu viele Konstruktoren. Das heißt, die meisten können wir wieder löschen. Aber ein ganz praktischer Vorteil ist, dass wir jetzt den Konstruktor nicht mehr schreiben müssen, weil mehr zu tun war ja nicht, als den Superkonstruktor aufzurufen. Anschließend erstellen wir die Exception oder Klasse MyStringLengthException. Die hat ja als Oberklasse unsere gerade eben geschriebene MyStringException. Als erstes legen wir das zusätzliche Attribut Length an. Und nun folgt einfach der Konstruktor. Der kriegt ja zwei Parameter übergeben. Einmal einen String, den wir Message glaube ich nennen sollen. Und einen weiteren Parameter des Typs Int, den wir jetzt einfach mal Length nennen. Als erstes rufen wir wie immer den Superkonstruktor auf. Und weisen anschließend die Länge entsprechend zu. Wir dürfen natürlich nicht vergessen noch die GetLength-Methode zu schreiben. Weil es aber nicht sonderlich spannend ist, zeige ich Ihnen noch kurz einfach, wie man automatisch Getter und Setter erstellt. Dazu geht man oben auf Source und dann auf Generate Getters und Setters. Wenn wir hier unser Attribut Length auswählen, die Modifier für die Getter und Setter setzen. Wir wollen ja nur die Get-Methode, das heißt, die Set-Methode kommt raus und dann einfach Generate. Dann macht er das für uns. Dann kommen wir nun zum zweiten Teil der H3, wo es um das tatsächliche Verlängern unseres Jar-Arrays geht. Dazu sollen wir die Methode Increase-Length anlegen und implementieren. Die kriegt ein Integer übergeben, das die Verlängerung angeben soll. Also wenn wir zum Beispiel ein Jar-Array die Länge 40 haben und die Methode mit 5 aufrufen, dann soll die neue Länge 45 betragen. Allerdings müssen wir dabei beachten, dass die Länge 255 nicht überschritten werden darf und der übergebende Parameter darf auch nicht negativ sein und auch nicht 0. Dann sollen wir entsprechende MyStringLengthExceptions mit den hier stehenden Botschaften werfen. Wenn jedoch keiner der beiden Fälle auftritt, also wir ganz normal das Jar-Array verlängern können, dann sollen wir das um n Elemente verlängern oder erweitern und alle vorher im Array gespeicherten Werte exakt übernehmen, also an derselben Position abspeichern und die neuen Array-Komponenten, die hinzukommen, mit 0 initialisieren. Dann kommen wir nun zur Implementation. Als erstes habe ich wieder den Header einfach kapiert und wir uns dann nicht verschreiben können und jetzt arbeiten wir den Rest der Aufgabenstellung ab. Also, als erstes sollen wir überprüfen, ob die neue Länge größer als 255 ist. Wenn das der Fall ist, sollen wir entsprechend eine MyStringLengthException werfen. die MessageLength cannot be größer als 255 enthält und die neue Länge, das heißt einfach das, was wir hier oben bereits berechnet hatten, den Teil. Dann wird jetzt erstmal Eclipse anmeckern, dass wir das nicht deklariert haben, dass wir eine MyStringLengthException werfen wollen. Wir machen also eine ThrowsDeclaration noch mit hin. Als nächstes müssen wir überprüfen, ob das übergebene n negativ oder gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, sollen wir auch eine MyStringLengthException werfen. Wieder eine if-Abfrage if n kleiner gleich 0 werfen auch dann eine Exception werfen also die Konstrukte auf. Die Message kopieren wir wieder rüber, damit wir da ganz genau sind und übergeben 0 steht in der Aufgabenstellung. Okay. Nun haben wir diese beiden Spezialfälle abgedeckt. Das heißt, wir können uns jetzt mit dem Fall beschäftigen, wo die Methode tatsächlich funktioniert, also wir die Länge erhöhen können. Dazu legen wir ein neues Jar Array an. Das nennen wir jetzt einfach mal Temp, weil wir das sowieso gleich setzen. New Das kriegt eine neue Länge und zwar die hier oben aber jetzt ausgerechnete und jetzt wollen wir noch alle Werte aus dem Array unserer Klasse also Arr in dieses Array kopieren. Dazu benutzen wir einfach eine Vorschleife Hier haben wir natürlich nicht Temp.lenk sondern Arr.lenk und setzen an der entsprechenden Stelle von Temp Temp an der Stelle I ist gleich Arr an der Stelle I die in Rest initialisieren sie mit 0 Ja das können wir jetzt noch explizit machen müssen wir aber gar nicht weil wir uns bewusst sind dass Arrays standardweise in Java initialisiert werden mit dem Standardwert und der ist bei einem Jar ist der halt bereits 0 das heißt da ist nicht viel zu tun das heißt wir sind also bereits fertig es ist in anderen Sprachen wie C zum Beispiel anders aber in Java ist das sehr praktisch dass man sich da sicher sein kann dass da zumindest initialisiert und ein einigermaßen nachvollziehbarer Wert drinsteht und zwar 0 Wir dürfen natürlich nicht vergessen jetzt noch das Array entsprechend zuzuweisen also die diese Zuweisung zu machen sonst ist alles was wir hier gemacht haben eigentlich total unnötig gewesen das sollte man natürlich nicht vergessen hier ist vielleicht noch zu beachten dass die Reihenfolge dieser beiden IFAB Fragen entscheidend ist also es könnte ja sein dass weil wir im Konstruktor keine Einschränkung vorgenommen haben unser Jar von meinetwegen 300 hat und die übergebene Zahl n zum Beispiel minus 10 ist dann ist ja 300 plus minus 10 290 und damit immer noch größer als 245 weswegen dieser Fehler geworfen wird aber eigentlich wollten wir ja diesen Fehler werfen weil n kleiner gleich 0 ist das heißt streng genommen müsste man die beiden noch tauschen also das so rum machen nur wenn wir unbedingt wollen dass unser Jar Area nicht länger als 255 ist hätten wir das eigentlich im Konstruktor bereits abdecken müssen das heißt hier haben zusammen die Aufgabensteller oder die ist die Vorlage ein bisschen unvollständig weil sie eben solche Spezialfälle zulässt die eigentlich nicht vorgesehen sind deswegen die in der Lösung den Teil auch noch ergänzt haben dann kommen wir nun zur vierten Aufgabe wo es um das ausgeben unserer Strings auf der Konsole geht dazu sollen wir die public Methode print implementieren die einfach das Jar Array nacheinander durch geht und die Methode System Out Print aufruft und entsprechend die einzelnen Characters ausgibt Allerdings ist dabei zu beachten dass wenn der Wert 0 noch im Array steht dass wir dann eine MyString Exception werfen sollen mit der Nachricht Unable to print all Chars Dann kommen wir nun zur Implementation Für das Iterieren über das Array nutzen wir diese erweiterte Vorschleife Jetzt sollen wir noch überprüfen ob ein Charakter existiert der gleich 0 ist also gleich 0 und dann entsprechend eine MyString Exception werfen das heißt wir stellen wieder ein Objekt in dem wir den Konstruktor aufrufen und übergeben entsprechend eine bestimmte Message Unable to print all Chars außerhalb und ansonsten geben wir das entsprechend auf der Konsole aus den einzelnen ja nicht print line sondern print c d jetzt beschwert er sich an der Stelle wieder dass er den dass die MyString Exception nicht gehandelt wird weil die müsste man ja eigentlich fangen also in dem Catchblock fangen das wollen wir aber in der Methode nicht sondern wollen die weiterleiten das heißt wir klicken hier wieder drauf und fügen das der Methoden Deklaration hinzu dann kommen wir nun zur H5 der letzten richtigen Aufgabe wo man noch Methoden schreiben muss die was tun bei der H6 sollen wir nur Tests mit JUnit schreiben bei der H5 geht es darum dass wir unser String splitten also entsprechende Methoden gibt es auch in der Klasse String aber wir sollen das für die Klasse My String machen wir kriegen einen Charakter C übergeben und sollen unseren String an diesem Vorkommen von C teilen dafür ist auch ein gutes Beispiel gegeben also wenn wir hier den String Hello World haben und den an L splitten wollen dann werden daraus drei Substrings und zwar einmal H und E dann O Space W O und R und am Ende D und Ausrufezeichen daraus wird auch schon deutlich was hier nochmal gleich erklärt wird dass wenn wir zweimal denselben Charakter hintereinander haben also an dem wir splitten wollen also hier ist ja das L und dann noch ein L dann sollen wir keinen leeren String erzeugen sondern den einfach verwerfen auch ist zu beachten dass wenn der Charakter an dem wir splitten wollen überhaupt nicht vorkommt dann sollen wir eine MyString Exception werfen mit der Nachricht Char Not Found und diese entsprechend weiterreichen hier gibt es sicherlich sehr viele verschiedene Art und Weisen das zu machen und auch die Lösung wie ich das damals gemacht habe ist sehr anders zu dem was wie ich das Ihnen jetzt zeige weil ich ja jetzt nur auf Mittel von Java zurückgreifen darf die sich schon kennen also eigentlich nur Arrays ich habe damals aber Listen verwendet aber die kommen ja wahrscheinlich bei Ihnen erst nächste Woche als erst unser Charakter überhaupt in unserem String Objekt vorkommt und wenn ja wie oft und wo und deswegen beginnen wir das Ding indem wir einmal über das Array drüber iterieren und überprüfen an welchen Stellen unser Charakter C vorkommt also erstmal legen wir eine Variable an die wir jetzt z.B. amount nennen initialisieren wir am Anfang haben wir noch null vorkommen von unserem Charakter C und jetzt gehen wir das Array durch und gucken an welchen Stellen wir entsprechend auf den Charakter C stoßen also if Array an der Stelle I gleich C dann können wir den Amount erhöhen dann haben wir jetzt die Anzahl unserer Vorkommen im Amount gespeichert nach dem Ende dieser Vorschleife und jetzt sollen wir ja wenn das kein einziges Mal vorkam das C oder der Charakter C also wir wissen ja nicht wie es ist muss ja nicht C sein dann sollen wir gerne Exception werfen also if Amount immer noch 0 so new und zwar mit der Message Char not found dann müssen wir jetzt natürlich wieder in der Methoden Deklaration angeben jetzt wissen wir zumindest wie viele es gibt also jetzt sind jetzt offensichtlich nicht 0 dann können wir jetzt ein Array anlegen ein Int Array anlegen in dem wir die konkreten Positionen bestimmen wir wissen ja schon wie viele es sind deswegen können wir das Array entsprechend groß machen können wir jetzt einfach mal legen ein neues Array an das entsprechend Amount viele Elemente hat und jetzt wollen wir ja noch die konkreten Positionen wissen das wäre zumindest ganz praktisch also müssen wir jetzt nochmal über das Array drüber iterieren das wäre wenn wir Listen benutzen würden wäre es deutlich einfacher müssten wir nur einmal drüber iterieren so müssen wir es zweimal machen aber gut also dann nicht über Positions sondern na ok wieder über das Array und Moment wir legen hier erst noch eine weitere Variable an die wir jetzt einfach mal next nennen also das nächste Vorkommen das erste Vorkommen wollen wir ja an der 0. Position am 0. Index im Area speichern das zweite Vorkommen am ersten Index und so weiter und so weiter das heißt wir können jetzt wenn entsprechend Array an der Stelle i gleich c ist das i in unser Positions Array reinschreiben also Positions an der Stelle next das nächste Vorkommen soll an der Stelle next sein und da wir das jetzt erhöhen wollen machen wir einfach next plus plus das nächste Vorkommen dann an der nächsten Index abspeichern können und legen hier entsprechend das i ab jetzt haben wir zwar die Position der tatsächlichen Vorkommen in Positions abgespeichert das Problem ist nur dass wir jetzt noch nicht wissen wie lang unser zu erstellen das my string Array sein soll weil wir leere Strings also wenn zweimal dieselbe Buchstabe an dem wir splitten direkt hintere kommt wie zum Beispiel in dem Wort Hallo wenn wir dann beim L splitten wollen sollen wir zwischen dem ersten L und dem zweiten L keinen leeren String erzeugen das heißt wir haben hier zwei Vorkommen vom L und kriegen wie man leicht sieht haben wir H und A als eines Vork als neuen Substring und O als neuen Substring aber wenn ich das L jetzt zum Beispiel an eine andere Position setze wie hier hin dann hätten wir zum Beispiel drei Vorkommen also einmal H als Substring A als Substring und O als Substring und natürlich geht auch ein einziges Vorkommen wenn wir hier so was haben kriegen wir nur einen einzigen String das heißt wir brauchen jetzt noch eine Art und Weise wie wir aus der Information hier also den Positionen der Vorkommen die Anteil oder die Länge unseres zu erstellenden und zurückgebenden MyString Array machen die Idee hier ist jetzt also meine Idee kann man auch ganz anders machen ich habe es auch damals ganz anders gemacht meine Idee ist jetzt dass wir über das Positions Array drüber iterieren und wenn wir zwei Vorkommen direkt hintereinander haben dann ist ja die erste Position meinetwegen wäre jetzt hier 0 1 2 3 und die zweite Position wäre 4 das heißt die liegen im Positions Array liegen die direkt nebeneinander und der Wert unterscheidet sich genau um 1 das heißt da können wir sagen zwischen den beiden ist 1 Vorkommen damit das ganze funktioniert müssen wir noch ans Ende und am Anfang von unserem String für einen Pseudo Charakter ein Pseudo Vorkommen setzen also jetzt so und so zum Beispiel oder wenn wir das mal bei dem Wort Hallo machen Moment so haben wir ja erstmal zwei Vorkommen setzen wir noch ans Ende und in den Anfang ein L und können dann alles zu einem neuen String machen was zwischen zwei L's ist und länger als 0 oder länger als 1 ist also wo tatsächlich was zwischen zwei L's dazwischen steht und weil wir eben diese Pseudo Vorkommen ganz am Anfang und ganz am Ende haben wollen damit meine Idee funktioniert müssen wir das Positions Array nochmal um zwei länger machen für den Eintrag ganz am Anfang und für den Eintrag ganz am Ende also erhöhen wir das hier plus 2 und speichern das erste Vorkommen dementsprechend das erste tatsächliche Vorkommen dementsprechend am Array Index 1 ab und setzen Positions an der Stelle 0 auf minus 1 also direkt vor den Anfang sozusagen des Strings weil der String fängt ja bei 0 an als Index und minus 1 direkt 1 davor und den letzten Eintrag also Amount plus 1 oder vielleicht besser Positions Punkt Length minus 1 den setzen wir auf die Länge unseres Char Arrays damit es dann genau ganz am Ende genau 1 nach dem Ende des Char Arrays ist also Array Punkt Length damit haben wir diese beiden Pseudo Einträge im Prinzip erstellt und die werden auch durch diese Schleife hier nicht überschrieben weil unser Next eben bei 1 startet und wir ja bereits wissen dass wir maximal dass wir genau Amount viele vorkommen haben kommen wir hier mit dem auch nie zu diesem Area Index sondern hören bei Positions Punkt Length minus 2 auf um jetzt die Länge des zurückzugebenden Mindstring Arrays zu bestimmen können wir also über das Positions Array drüber iterieren und die Anzahl der Sprünge die größer als 1 sind abspeichern also wenn wir jetzt das Pseudo L an den Anfang und ans Ende geschrieben haben dann hätten wir hier H A das ist ein größerer Sprung als 1 dann haben wir hier L L da ist kein Sprung dazwischen also die folgen ja direkt aufeinander dann haben wir L O L da ist das O dazwischen und deswegen haben wir dann insgesamt zwei Substrings und können deshalb ein MyString Array der Länge 2 zum Beispiel anlegen dann interieren wir nun über das Positions Array also for ja genau und gucken entsprechend ob Positions an der Stelle i und if Positions an der Stelle i jetzt wollen wir das ja mit Positions an der Stelle i plus 1 vergleichen um zu gucken ob die sich genau ob da genau ein Abstand ist also plus 1 ist gleich Positions an der Stelle i plus 1 Moment wir sprechen hier noch kurz die die nennen wir das mal amount of substrings und sozialisieren das zunächst mit 0 wenn diese Bedingung hier war ist dann heißt es ja dass wir 2 L direkt hintereinander haben oder also ich habe jetzt bei ich bin immer noch beim Wort Hallo da haben wir ja Moment ich schreibe es nochmal hin beim Wort Hallo oder bei unserer modifizierten Variante vom Wort Hallo sollen wir ja aus dem Teil zwischen diesen beiden L keinen substring machen deshalb diese Bedingung hier und die überprüft entsprechend also wenn Positions meinetwegen jetzt bei wenn das i jetzt bei 1 angekommen ist also das zweite Vorkommen sozusagen von unserem L ist dann ja dieses hier und wenn das um genau 1 niedriger ist als das nächste Vorkommen dann folgen zwei L direkt hintereinander und dann sollen wir nicht den amount of substrings erhöhen das heißt wir können hier einfach ein continue schreiben und wenn die Bedingung nicht erfüllt war dann kommen wir gar nicht zu dem continue und können dementsprechend den amount of substrings um 1 erhöhen das heißt nach der schleife können wir einfach mit dem amount of substrings ein neues my string area erstellen my string nennen wir das mal substrings ja man kann eigentlich dieses new keyword besser machen besser benutzen als ich das jetzt tue also eigentlich sollte man gleich so machen aber naja gewohnheit das heißt wir haben jetzt die das area das wir zurückgeben sollen schon mal angelegt wir müssen jetzt nur noch einmal über das über den gesamten string oder das gesamte char array drüber iterieren also das hier und entsprechend die substrings erstellen auch das machen wir natürlich wieder mit einer schleife ganz kurz mir ist noch aufgefallen dass wir hier noch einen kleinen fehler haben und zwar habe ich hier zwangsweise eine array out of bounds exceptions geworfen weil das i geht bis zu positions length minus 1 aber wir versuchen hier dann auf positions punkt length positions an der stelle positions punkt length zuzugreifen was natürlich nicht geht ist aber auch gar nicht schlimm wir können hier einfach das um 1 senken dann gehen wir 1 weniger weit ist aber nicht weiter problematisch denn wir fangen bei diesem l hier an wenn int i gleich 0 ist ist positions an der stelle i entsprechend minus 1 sozusagen und das nächste vorkommen ist aber erst hier hinten das heißt die bedingung hier ist nicht erfüllt deswegen das erhöht wird dann bei dem nächsten also bei positions an der stelle 1 damit ist ja dieses l hier gemeint da ist die bedingung entsprechend wahr deswegen das nicht erhöht wird das amount of substrings weil wir ja hier diesen leeren substring verwerfen sollen und dann als letztes betrachten wir das letzte echte vorkommen oder das vorletzte vorkommen in positions weil das letzte vorkommen ist ja nur ein vorkommen das wir extra hinzugefügt haben damit dieses vorgehend funktioniert und gucken von dem zum letzten vorkommen das ja entsprechend weil wir es so gemacht haben weil wir es so gewollt haben genau das letzte element ist in diesem neuen erweiterten string deswegen funktioniert das immer noch dann kommen wir nun endlich dazu die tatsächlichen substrings zu erstellen als erstes legen wir kurz wieder eine variable an die im prinzip nur dazu da ist den nächsten eintrag im mystring area zu schreiben also den nennen wir einfach mal next können wir nicht mehr nennen weil das haben wir hier oben schon benutzt next position keine Ahnung ja entsprechend gleich 0 dann wollen wir über das area iterieren also natürlich nicht über das substrings array sondern über das positions array dann müssen wir jetzt die teile zwischen den einzelnen vorkommen unseres characters in ein neues mystring objekt kopieren also hier wäre das h und a dann nichts und dann das o also dementsprechend überprüfen wir nochmal ob wir einen richtigen echten spring haben also eigentlich können wir das von oben genau kopieren also wenn wir kein echtes vorkommen haben dann können wir wieder das ausführen und ansonsten wissen wir dass die dass da eine echte länge dazwischen ist dass da tatsächlich zeichen dazwischen sind die nicht unser split character sind und dann können wir jetzt von positions plus 1 bis zum nächsten vorkommen die character rüber kopieren also hier wäre das das heißt wir beginnen bei positions an der stelle i plus 1 also ganz am anfang wäre das hier das wäre jetzt das h mit dem wir anfangen und gehen bis zum nächsten vorkommen bis 1 vor das nächste vorkommen also bis positions an der stelle i plus 1 und kopieren all die strings rüber in ein neues mystring objekt das wir jetzt noch nicht angelegt haben das müssen wir natürlich noch machen bevor wir dieses neue mystring objekt anlegen ist auch hier wieder zu beachten dass wir das entsprechend 1 erniedrigen müssen aus demselben grund wie hier oben auch die länge des neuen mystring objekts können wir uns auch schon ausrechnen das ist ja einfach also hier wäre das dann 2 also das ist einfach der abstand zwischen positions an der stelle i und positions an der stelle i plus 1 also hier wäre das minus 1 und das nächste vorkommen ist an der stelle das heißt da ist genau die null und die eins dazwischen also legen wir ein neues mystring objekt an new mystring das ist jetzt nur temporär weil wir wollen das natürlich direkt wenn wir damit fertig sind das in dem mystring area abspeichern jetzt sollen wir ja hier noch die länge angeben die ist dementsprechend positions an der stelle i plus 1 die 2 und das war die das erste vorkommen war die minus 1 2 minus minus 1 wäre 3 aber eigentlich sollen ja nur 2 dazwischen sein das heißt wir starten bei dem h also wir zählen nicht von dem vorkommen sondern wir zählen von 1 nach dem vorkommen jetzt nur noch die einzelnen character rüber zu kopieren in das neue mystring objekt der character ist einfach array an der stelle j j den index da können wir natürlich nicht positions an der stelle i plus 1 oder sowas angeben der index soll sich ja mit jedem durchlaufen der schleife genau um 1 erhöhen aber eben bei 0 starten aber eben bei 0 starten das heißt wir legen zuvor noch ein index an den wir jetzt in der schleife jedes mal um 1 erhöhen so nachdem wir das mystring objekt entsprechend mit den chars gefüllt haben müssen wir das nur noch an die entsprechende position im mystring array abspeichern also substrings an der stelle next position die wir ja jetzt gleichzeitig noch erhöhen wollen weil den nächsten substring wollen wir ja in der nächsten position im array speichern ist gleich m natürlich dürfen wir nicht vergessen nach all dieser arbeit entsprechend noch das mystring array zurück zu geben damit erstens der compiler nicht meckert und zweitens die aufgabenstellung erfüllt ist also nach der ganzen getanen arbeit einfach nur noch ein return substrings ist jetzt sehr lang geworden ist sicherlich nicht die schönste implementierung aber ist zumindest mit den mitteln die sie auch schon kennen gemacht worden also wenn sie eine andere variante sehen wollen oder wenn die methode die ich jetzt gewählt habe etwas unintuitiv ist kann ich das gut nachvollziehen ich habe damals wie gesagt auch eine ganz andere art und weise genommen aber das ist jetzt die die mir spontan dazu eingefallen ist um das nur mit arrays zu lösen und nicht mit listen oder anderen datenstrukturen die es in java auch noch gibt die sie aber noch nicht kennen als letztes sind noch tests mit der unit 5 zu erstellen und zwar für die methoden increase length und split dazu müssen wir erstmal der unit noch in unser projekt einbinden wie das geht sehen sie hier und das sicherlich auch auf ihrem übungsblatt nochmal vermerkt ich mache es trotzdem nochmal kurz vor also wir gehen aufs projekt rechtsklick dann auf die eigenschaften dann auf den java build path und wählen entsprechend bei bibliotheken add library aus und klicken dann auf die unit unit 5 ja passt finish apply dann war es das auch schon die tests sollen wir wie in der aufgabenstellung vermerkt in einem neuen package namens tests schreiben in der klasse my string tests die wir jetzt noch kurz anlegen das habe ich jetzt getan da müssen wir jetzt nur noch vier tests schreiben und zwar jeweils zwei tests wo wir keinen fehler erwarten und zwei tests wo wir einen fehler erwarten also beginnen wir mit der increase length methode da erstellen wir erstmal ein neues my string objekt dem geben wir jetzt zum beispiel die die länge 10 mit eine valide länge und versuchen jetzt auf diesem my string objekt increase length aufzurufen und erhöhen das beispielsweise um 10 dabei sollte jetzt kein fehler auftreten und anschließend überprüfen wir noch ob wir die länge richtig gesetzt hat indem wir hier assert equals und dann expected haben wir 20 als länge und die tatsächliche länge ist dann dementsprechend name.net length jetzt beschwert er sich an der stelle noch dass er diese annotation hier nicht kennt müssen wir entsprechend noch müssen wir entsprechend noch was einbinden und zwar hier junit jupiter api kennt er jetzt das keyword beschwert sich aber hier noch dass wir die exception die da auftreten kann nicht fangen wir hoffen ja dass sie eben nicht auftritt da wollen wir jetzt kein dry catch block drum machen sondern machen dann eine throw stickler rechnen mit rein und der test schlägt dann auch fehl wenn hier eine exception geworfen wird dann kommen wir jetzt zum increase length invalid also den teil können wir erstmal mehr oder weniger kopieren nur wollen wir jetzt zum beispiel ein mystring objekt der länge 200 und das zum beispiel um 56 verlängern dann hätten wir eine länge von 256 dabei sollte jetzt ein fehler auftreten weil ja die maximale länge überschritten wird das können wir mit dem assert assert throws jetzt wird hier eine klasse erwartet und zwar der typ der exception die geworfen wird und auf der anderen stelle wird ein executable erwartet das heißt es ist ein interface das können wir jetzt einfach mit einem lambda ausdruck lösen aber erstmal müssen wir die expected class das ist dementsprechend eine mystring length exception . class das erwarten wir und hier drüben machen wir eine ein lambda ausdruck und wir versuchen aufzurufen ja wir versuchen das unten aufzurufen diese assert methode gibt entsprechend die exception auch noch zurück die können wir jetzt hier noch meinetwegen zuweisen und können da jetzt zum beispiel anschließend noch überprüfen ob die message die in dem exception drin steht genau die ist die wir erwarten also assert equals wir erwarten die message und die actual message ist dementsprechend exception . get message und auch die abgespeicherte länge können wir noch überprüfen müsste dann 256 sein und hier exception . get length testen wir das mal kurz passt alles dann wollen wir jetzt noch die split methode testen dafür nehmen wir einfach den string den wir schon in der aufgabenstellung hatten also entsprechend hello world legen den in einem char-aray ab und das einfach mal char und das ist dementsprechend hello world to char-aray wir wollen das dann in einem mystring objekt speichern mystring das hat die länge 12 weil der string hier genau 12 zeichen lang ist wollen jetzt noch das entsprechend setzen also eine vorschleife iterieren über die chars und rufen jedes mal . set char add auf der index ist dementsprechend i und der character ist chars an der stelle i dann wollen wir jetzt die split methode aufrufen also die rückgabe davon ist ja ein mystring array und der aufruf ist dementsprechend hier wir wollen im character l meinetwegen splitten so wie auch in der aufgabenstellung ja l das muss natürlich zum literal gemacht werden so dann wollen wir jetzt die methode assert array equals nutzen weil damit kann man zwei arrays vergleichen also um genau zu sein wollen wir zwei object areas miteinander vergleichen oder das heißt dafür müssen wir erst nochmal ein expected array anlegen also das wäre es wie wir erwarten dass das area aussehen soll das habe ich jetzt schon mal gemacht weil das nicht sonderlich spannend ist also wäre das dann dementsprechend das hier beziehungsweise ich habe es einfach aus dem letzten jahr kopiert also wir haben den der erste substring ist h und e der zweite ist das hier und der dritte ist das d und das ausrufe zeichen und das actual ist ja dementsprechend einfach die rückgabe von der methode wenn wir jetzt die tests ausführen wollen dann legt es erstmal fehl und zwar tritt hier der fehler auf das liegt daran dass er um die einzelnen elemente miteinander zu vergleichen die equals methode die in der klasse object bereits deklariert wird aufruft die wir aber nicht für unseren string überschrieben haben damit wir also diese assert array equals methode gescheit nutzen können müssen wir noch für unser mystring objekt für unsere mystring klasse die equals methode überschreiben also equals erstmal rufen wir natürlich das super punkt equals auf also das wäre in dem fall einfach object also wenn das bereits true zurück gibt können wir auch einfach true zurück geben jetzt können wir überprüfen jetzt können wir überprüfen ob das übergebende objekt eine instanz von mystring ist wenn dem nicht der fall ist dann können wir direkt false zurück geben weil wenn das nicht mal eine instanz unserer mystring klasse ist dann können die ja gar nicht gleich sein und ansonsten weil jetzt wenn wir nach diesem if statement sind wissen wir dass wir das auf jeden fall in mystring objekt umwandeln können also können wir das in einem mystring objekt abspeichern und casten und casten dementsprechend zu mystring dann wollen wir jetzt die beiden längen vergleichen also wenn die beiden area längen nicht gleich sind dann können die ja nicht gleich sein dann können die ja nicht gleich sein also if object und add äh äh ja nicht object mystring und add length dann können wir auch false zurück geben return false und ansonsten müssen die ja gleich sein das kann man auch einfacher machen wir können einfach so auch so machen ansonsten wissen wir jetzt dass die gleich lang sind und müssen wir jetzt noch jeden einzelnen character in dem chari vergleichen also mit einer vorschleife oder ja wenn array an der stelle i ausrufezeichen gleich mystring punkt array an der stelle i die nicht gleich sind wenn wir entsprechend false zurück geben weil dann unterscheidet sich der string der in dem chari gespeichert ist und wenn ansonsten wenn die ganze schleife durchgelaufen ist und nie false zurückgegeben wurde können wir am ende einfach true zurückgeben und wenn wir den test jetzt nochmal ausführen mit dieser überschriebenen equals method dann sollte da entsprechend dann sollte da entsprechend auskommen dass das ganze funktioniert dann kommen wir jetzt noch zum invalid test dafür können wir einfach den selben string string oder dasselbe triere nutzen wie gerade eben auch also wieder dieses hello world aber diesmal versuchen wir an den buchstaben zu splitten der eben nicht vorhanden ist in dem string also zum beispiel x da nutzen wir wieder eine cert rose weil wir wollen ja dass eine exception geworfen wird wir erwarten wieder eine mystring exception und hier drüben wollen wir wieder ein executable also wir nehmen einfach einen lambda ausdruck oder eine anonyme innere klasse und rufen dementsprechend einfach split wir wollen jetzt zum beispiel am x splitten das ist ja entsprechend nicht gibt dann weisen wir das jetzt noch wieder einem entsprechenden objekt einer referenz zu damit wir auch überprüfen können ob die botschaft da drin genau die ist die wir erwarten also third equals und der actual wert ist dann exception get message und der erwartete wert ist das ist das ist immer irgendwie blöd rüber wenn wir das jetzt ausführen läuft läuft alles durch passt das ist das ist das ist das das